Hallo und willkommen bei Marius. Ich wollte nur kurz ein Möglichstes Missverständnis ausräumen. Und zwar habe ich ja gestern gesagt und euch auch gezeigt, dass der 16 keine Eier mehr hatte und dass sie untergelegt waren. Nun soll natürlich die Täube, mit der er zusammen war, nicht sofort widerlegen. So was mache ich dann nicht. Sondern er hat jetzt die Täuben bekommen, die er im letzten Jahr schon hatte. Wie man hier sieht. Leider alles ein bisschen dunkel. Das Wetter draußen ist nicht so schön. Und entsprechend ist es auch ein bisschen dunkler gerade. So dann mummelt euch gut ein im Sturm und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Tschüss.